Vorbildungen, die mir angeboten werden zum Beispiel, wäre das nicht was für dich? Oder ich habe immer die Möglichkeit zu sagen, das wäre was für dich, da habe ich wohl Lust zu. Gut bei der Rolle ist, dass man hier sein kann, wie man ist. Dass man sehr viel auf seine eigenen Ideen und seine eigenen Meinungen mit einbringen kann und dass die auch zählen. Also, dass man sie nicht nur anführen darf, sondern dass sie auch angenommen werden. Der Mensch steht in jedem Punkt. Man kann sich selbst mit einbringen, das Gefühl habe ich ja schon seit zehn Jahren. Die Ideen werden angenommen, du kannst hier Ideen reinbringen, beziehungsweise du wirst angenommen und du wirst auch, das ist ja das, was es einfach auch ausgemacht hat, dass einfach diese Menschen, diese Menschlichkeit, die Menschlichkeit ist. Ja, auch für uns als Mitarbeiter ist es einfach schön, dass wir uns selbst mitentwickeln können, dass wir selber gucken können, was macht uns Spaß, was macht uns nicht was Spaß. Wir können was ausprobieren. Der Neule mir gestattet so zu arbeiten, dass ich mein Privatlebe und mein Arbeitsleben unter einen Hut bringen kann. Und das finde ich sensationell gut. Ich finde an der Neule ganz, ganz toll, dass wir hier die Möglichkeit kriegen, das auch auszuleben. Dass die individuellen Bedürfnisse unserer Bewohner und Gäste auch berücksichtigt werden können. Und das ist, man geht dann einfach, finde ich, mit einem zufriedeneren Gefühl nach Hause. So, wenn man weiß, den Leuten geht es gut und denen geht es nicht nur, die sind nicht nur körperlich versorgt, sondern denen geht es auch seelisch gut so.